Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Horizon Forbidden West und den Reliktruinen. Wir kümmern uns heute hier um diese Reliktruine, das ist die Reliktruine, die Lange Küste und diese befindet sich hier relativ weit im Westen von der Karte. Ich zeige es euch hier nochmal ganz genau nördlich von Dawn Marsh, falls ihr diese noch gar nicht gesehen habt. Ich fand diese Reliktruine relativ, ja doch knackig. Würde mich mal interessieren, wie ihr es findet, gerne in den Kommentaren. Wie ihr aber die Reliktruine löst und das Ornament kommt, seht ihr in diesem Video nach dem Intro. Viel Spaß! Zur Orientierung möchte ich das Ganze ein bisschen aufgliedern in zwei Bereiche. Einmal den Bereich Steinbauten, einmal den Bereich Metallbauten. Wir beginnen im Bereich Metallbauten. Wer hier in der Reliktruine ist, weiß dann auch gleich, was damit gemeint ist. Und hier seht ihr den Weg, den wir jetzt allererstes gehen müssen. Müsst ihr mal ein bisschen gucken, ob ihr das findet. Wenn ihr euch eine Weile hier in der Reliktruine aufhaltet, dann wisst ihr ganz genau, wo das ist. Hier klettern wir jetzt allererstes mit Aloy außen einmal lang, um hier in diesen Raum zu kommen. Hier drinnen finden wir einen Feuerglimmer. Diesen zünden wir an und reißen damit die Wand ein und finden auf der gegenüberliegenden Seite diesen Hebel hier. Den können wir mit dem Zugseil bedienen. Und das Ganze gestaltet sich hier schon als allererstes so ein bisschen tricky, was wir da machen müssen. Denn wir aktivieren damit eine Vorrichtung, dass oben diese Greif-, ich nenne es mal Greifhaken, sich bewegen. Ihr seht es hier vielleicht. Ihr müsst dort sehr, sehr schnell sein. Wir machen das Ganze jetzt gleich noch einmal. Und zwar stellt ihr euch am besten genau in das Loch, das wir mit dem Feuerglimmer in die Wand gerissen haben. Von hier aus aktivieren wir den Schalter. Da muss es schnell gehen. Wir laufen rum, drücken sofort zweimal X, um uns hier hochzuziehen. Und gleich Kreis, damit Aloy den Sprung auf die andere Seite wagt, bevor das Gerät wieder zurückfährt. Wie gesagt, ein bisschen tricky, kann ein bisschen dauern. Aber ihr habt es gesehen, es funktioniert ganz gut. Muss man das Timing gut abpassen. Warum haben wir das gemacht? Ihr seht es, wegen der Kiste, die ziehen wir uns von hier oben einmal runter. Und dann schieben wir die Kiste Richtung Loch hier, wo sozusagen diese beiden Bereiche, Steinbau und Metallbau, sozusagen hier trennt sind. Schiebt die Kiste nach unten ins Wasser, zieht sie euch dann wieder ans Land. Und ihr habt es gerade eben gesehen, am Rücken von Aloy befindet sich ein Durchgang. Und damit kommen wir, wie gesagt, in diesen anderen Bereich. Dort finden wir einen Aufzug. Dieser muss erstmal aktiviert werden. Und dazu brauchen wir eine Energiezelle. Und die finden wir auch auf dieser Seite. Und dementsprechend lassen wir die Kiste einmal kurz stehen und kümmern uns hier um diese Energiezelle. Dazu geht es hier gleich nach oben. Ihr habt da zwei Möglichkeiten. Hier rechts ist ein Greifpunkt. Auf der linken Seite ist auch einfach eine Treppe. Die könnt ihr natürlich auch einfach so nehmen. Und ihr werdet es gleich sehen. Dort hinten finden wir die benötigte Energiezelle. Aber auch hier ist Timing wieder wichtig. Ihr habt nicht viel Zeit. Diese Energiezelle entlädt sich. Und zwar relativ schnell. Deswegen zieht sie einmal raus und lauft sofort runter. Springt in den Abgrund und geradezu, wo die Energiezelle eingesetzt werden muss. Und wenn ihr schnell genug seid, dann ist der Aufzug aktiviert. Ansonsten müsst ihr nochmal die Treppe nach oben laufen und die Energiezelle neu laden. Wenn ihr alles getan habt, schiebt ihr die Kiste, die wir uns eben gerade geholt haben, einmal in den Aufzug. Und fahrt mit dem Aufzug einmal nach oben. Wenn wir oben angekommen sind, gehen wir einmal rechts um den Turm rum und klettern hier nach oben. Dort wird Aloy euch dann sagen, hey geil, hier gibt es ein Ornament. Falls ihr es noch nicht vorher gesehen habt. Wir wissen das ja natürlich, weil wir machen ja nun die Reliktrui nicht zum ersten Mal. Und haben dann damit das Ornament hier, die lange Küste. Und wir kommen hier aber noch nicht weiter. Wir wissen aber, wo wir hin müssen zum Schluss. Hier gibt es einen Vorsprung, wo wir hier über diese Wand rüber springen können. Denn hier auf der anderen Seite, ihr seht es ja gerade hier, befindet sich eine weitere Kiste. Und auch hier befinden sich Feuerglimmer. Die zünden wir natürlich gleich einmal an. Und reißen auch hiermit ein Loch in die Wand. Es ist nun relativ klar, was wir machen müssen. Nämlich die Kiste hier neben und sie durch das Loch, das wir gerade in die Wand gesprengt haben, einmal durchschieben. Das kann sich, wie so oft in dem Spiel, ein bisschen kompliziert gestalten. Weil, ja, ich weiß nicht, ab und zu klemmt es. Aber funktioniert. Seid da geduldig. Klappt schon. Und dann schiebt ihr die Kiste ohne große Bedenken einfach hier nach unten und wendet euch jetzt wieder dem Aufzug zu. Denn hier habt ihr oben einen Lüftungsschacht. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, noch nicht geöffnet habt, dann öffnet ihr den jetzt ganz einfach. Könnt da auch schon mal nach oben. Kommt ihr aber noch nicht viel weiter. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was tun, damit wir hier oben zum Ornament kommen. Und zwar nehmen wir die Kiste, die im Aufzug steht und schieben diese einmal nach draußen. Sobald die Kiste draußen ist, springen wir hier links einmal kurz runter. Somit landen wir wieder unten beim Aufzug und rufen uns den einfach, sodass der Aufzug wieder nach unten fährt. Und wir gehen aber gleich wieder nach oben. Und dort nehmen wir die Kiste, die wir eben gerade rausgeschoben haben und schieben sie dem Aufzug sozusagen hinterher. Liebe Grüße von Aloy. Dann geht's wieder mal nach unten. Und jetzt kommen wir zur zweiten Kiste, die wir hier nach unten geschoben haben. Und schieben diese wieder zurück in den Aufzug. Und damit haben wir jetzt das Rätsel gelöst. Was müssen wir jetzt noch machen? Klar, einmal mit dem Aufzug wieder nach oben fahren. Und dann kommen wir jetzt zum Ornament und wenn wir auf die Kiste springen, von der Kiste springen wir dann in den geöffneten Lüftungsschacht. Und oben angekommen, haben wir im Aufzugsschacht dann oben auf dem Aufzug drauf die zweite Kiste stehen. Und von dieser haben wir jetzt die Möglichkeit, die Klettervorsprünge zu erreichen und landen oben beim Ornament. Damit ist das Rätsel gelöst. Ich hoffe, ihr habt auch das Ornament so einfach und ohne Probleme bekommen. Willkommen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Herr Arbeit bedankt sich wie immer fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.